Camtasia Schemas erleichtern es Ihnen, Ihre Videos einheitlich zu gestalten. Sie können ein Schema mit Ihren bevorzugten Farben und Schriftarten erstellen und es in allen Projekten schnell auf Callouts, Anmerkungen und Textelemente anwenden. Rufen Sie zunächst in Camtasia den Schema Manager auf. Unter Windows öffnen Sie dazu das Menü Datei. Auf einem Mac finden Sie den Schema Manager im Camtasia-Menü. Im Schema Manager können Sie Ihre Schemas anzeigen, bearbeiten und umbenennen. Sie können aber auch ein neues Schema erstellen. Geben Sie Ihrem neuen Schema zunächst einen Namen und ordnen Sie ihm dann bis zu fünf Farben zu. Legen Sie dann eine der Farben als Standard-Hintergrund für Anmerkungen fest. Wechseln Sie anschließend zum Tab Schriftarten und wählen Sie bis zu zwei Schriftarten aus. Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern. Jetzt können Sie das Aussehen markierter Anmerkungen, Callouts und Textelemente in Ihren Projekten ganz einfach ändern, indem Sie im Dropdown-Menü Schema des Eigenschaftenfensters das gewünschte Schema auswählen. Sie können die Farben eines Schemas auch anwenden, indem Sie auf das Farb-Dropdown-Menü klicken und dort erst Ihr Schema und dann die gewünschte Farbe auswählen. Das funktioniert auch mit den Schriftarten. Öffnen Sie das Schriftarten-Dropdown-Menü, klicken Sie auf Ihr Schema und wählen Sie die gewünschte Schriftart. Wenn Sie Elemente aus der Bibliothek Camtasia 2018 verwenden, zum Beispiel Intros oder untere Bildschirmdrittel, können Sie direkt über den Tab Eigenschaftenauswahl des Eigenschaftenfensters auf die Farben und Schriftarten Ihres Schemas zugreifen. Öffnen Sie einfach das Farb-Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschte Farbe aus Ihrem Schema oder öffnen Sie das Schriftarten-Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschte Schriftart. Wenn Sie Ihr Schema aktualisieren oder bearbeiten wollen, rufen Sie wieder den Schema-Manager auf. Wählen Sie Ihr Schema im Dropdown-Menü aus, passen Sie Farben und Schriftarten an und klicken Sie dann auf OK. Um ein Schema umzubenennen oder zu löschen, achten Sie darauf, dass im Dropdown-Menü das richtige Schema ausgewählt ist. Wählen Sie dann den gewünschten Befehl. Schemas erleichtern es Ihnen, Ihre Videos einheitlich zu gestalten. Wenn Sie an weiteren Tipps zur Arbeit mit Camtasia interessiert sind, schauen Sie sich die anderen Tutorials an. Vielen Dank fürs Zuschauen!